Hallo, willkommen zurück zu Cauders Royale, äh, what the fuck, zu Battlefield 1, äh, wieder Kriegstauben, noch eine Runde, hat gerade Spaß gemacht, und wir spielen dieses Mal als Sniper, ja, wir spielen eine Runde Sniper, komm, was was gehen wir jetzt, wir kaufen uns gleich mal eine neue Pistole, ich brauche kein Geld für eine neue Pistole, oh, for fuck's sake, okay, wir haben, das reicht, ja, das ist alles gut, okay, wir nehmen das hier und dann hoffen, dass wir gleich bald alle ready sind und wir legen los, wir haben hier eine HI-Bombe, Stacheldraht, ein K-Geschoss, das weiß ich, eine Signalpistole, äh, das, ich denke, das gibt mir hier ziemlich einen Vorteil, in kleineren Raum, mehr Signalpistols rumzuballern, ist ziemlich, ziemlich gut, und ja, das Spiel startet, wir legen los, eine Taube wurde geortet, und, okay, oh, what the fuck, erstmal hier hoch, auf Ballern, in die Richtung Ballern, so, das sind schon die Gegner, okay, ist so richtig, was ich ausgewählt habe, oh, das ist die Map, oh, das ist cool, das ist keine, Teammates, ich kenne mich auf der Map nie aus, weil, das, äh, die Map hier habe ich meistens bei Operation gespielt, und da war ich eigentlich, hab gewonnen, äh, da war ich eigentlich immer als Pilot am Start und nicht als Fusjulat, um ehrlich zu sein, Ich kann mal leben, ich brauche eng, oh, ich spawnte etwas, Böse Feind, tut das nicht, äh, Mission, Dankeschön, oh, man kann die alle, what the fuck, da sind die ganzen Gegner, Hm, ah, sie sind unter, ah, man kann die unter durchgehen, ah, das macht Sinn, okay, wir rädern hier einfach mal unseren Team-Mates nach, ach so, das ist natürlich geil, hier war ich noch nie, oh, pf, pf, okay, da gehe ich auch nicht runter, aber wilde eine Taube freilassen, hat es da natürlich ein Ort, wo es durchkommt, durch den verdammten Punker, Da geht es hier sicher auch runter. Lass es kratzen und jetzt geht es los. Hier geht es durch. Okay. Klaus mir vor der Schnauze weg. Okay. Alles okay, Kumpel. Ähm. Geht es hier weiter? Okay, wir haben die Nachricht überbracht. Das ist cool. Sehr verwirrend hier. Okay, ich habe alles verfehlt. Okay. So. So. Eine Taube wurde geordnet. Wir haben die Taube gebaut. So. Jetzt beginnt es an zu regenerieren. Wir hatten ja noch 10 HP. Hier. Mein Kumpel. Kumpel Barrels. In der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldat-Kippen verfügter. Teammates. Weg dich immer für zack. Da ist hier oben ein paar Zufall. Nö, ist nicht. Oh. Boah. Nicht gleich ganz runterfallen hier. Oh. Oh. Die Tür war zu. Der kommt einfach durch die offene Türe. Ja, die zu. Durch die offene Türe, ja. Durch die zuene Türe. So. Aber ich bin der Sturmsoldat mit der Pumpe hier. Ähm. Okay. Wieso rennt er mir jetzt hinterher? Let's go. Ha. Okay. Aber hey, ich habe einen Ball in der Kille gemacht. Kriege ich einen... Medic, Medic. Ist es Medic? Ne, das ist ein Sturmsoldat. Oh, for fuck's sake. Wir spielen hier nicht so gerne Medic, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall nicht mein Team, ist alles so. Äh. Oh. Ich mag die Map nicht so. Man sieht verdammt schnell offen. Äh. Spiele ich halt noch eine Medic? Hier SPL-Splitter. Wow. Wir haben die Kaube geborgen. Hm. Oh. Ja, jetzt geh' Hilfe. Wir haben die Kaube geborgen. Ja, das ist erstmal ein Kind mal mit Gewehrgranate. Bald jemand von hinten auf mich? Nö, ne? Ach komm, den hätt' ich auch noch kriegen dürfen. Sieben HP. Ähm. Die Runde sind gesaltsame. Ich mag die Runde nicht. Überall. Ich lauf' nicht so, wie ich's gerne hätte. Bin wir hier? Ähm. Ja, bleiben wir bei der Bar. Ja. Nazi läuft in der Bar. Hehe. Get it? Heh. Oh. Sorry. Aua. What the fuck? Es ist so verwirrend. Keine Ahnung, wo Gegner sind, wo Teammates sind. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hat niemand gesehen. Nein, das Video lade ich gar nicht hoch. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Hah. Ja, da. Nee. Hm. Ah. Ah, danke gleichfalls. Ja, ich hab Krebs. Aua. Lauf, lauf, lauf. Lauf. Da komm ich nicht durch. Oh. Lauf, lauf, lauf. Hat jemand Munition bestätzt? Wir haben die Kaube gebaut. Oh. Was? Wo sind die gelandet, dass mich getötet hat? Und sich anders gekitzelt haben und mich irgendwie umgebracht haben. Hier, Munition für dich. Hm. Hm. Ja, die Hunkerate hätte ihn sonst erledigt. Wir haben ziemlich gut getimt. Ernsthaft? Das sind meine Kills. Wir haben die Kaube gebaut. Wir haben die Kaube gebaut. Verwirrt. Von wo? Überall. Da kommt es ein Medic. Und, äh. Medic. Medic. Nehmen wir noch was Russischer hier. Ich zeige euch jetzt, wie man snipet, Mates. In der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldaten-Kit verfügbar. Oh, das ist ein Wachsoldaten-Kit. Das schnappen wir uns jetzt. Äh. Wo ist das? Ob das auch an uns heute. Oh, das ist das mit der SMG. Ist das cool? Let's go. Let's go. Alter. Woh? Von vorne? Ich kann nämlich von vorne messern. Ich bin okay nicht. Speer. Yo. Habe ich jetzt wieder Waffe? Ist das ein Bug? Ne, okay. Schade. Okay, komm. Wir machen so ein bisschen Kills. Bisschen eher ernsthaft spielen. Wir machen das Sniper auf Close Quarters. Ja. Der Feind hat die Taube freigelassen. Oh, for fuck's sake. Der Taube hat die Nachricht des Feindes zugestellt. Oh, Alter! Wieso ging mein Boyanet nicht? Okay. Mein Boyanet hätte das eigentlich regeln sollen. Kommt, da ist ein Medic in der Nähe. Medic. Medic. Okay. What the fuck? Okay. Die Runde mag ich nicht. Das ist scheiße. Komm. Ich werfe ne Karnathe! Ich werfe ne Karnathe! Ich werfe ne Karnathe! Mhm. Oh, guck. Ah, ja ok, voll runter. Meine Waffe geht nicht, meine Waffe ist im Arsch. Ich hab abgedrückt, aber schießt nicht. Ahhhh. Die Map ist einfach Durchfall. Ich werd's nicht meiner Map schuld geben, dass die Map scheiße ist. So, die Map hier ist scheiße. Ah? So, wir pappieren die jetzt von unten. Nummer 1. Stopp, Volker! Auf der Klinikseite! Für dich, Kamera! Erste Hilfe! Hm? Ja, wir haben die Taube gekeilt. Das haben wir hingekriegt, hier runter zu schießen. Im letzten Schuss hab ich ihn gekriegt. Jawohl. So muss das. Damit kommst du auf die Beine! Eine Taube wurde geordnet. Ich muss jetzt aufpassen, weil mein Teammate ist halt so blöd und ballert jetzt schon auf die. Ich verbrenne gerade vom Panzer. Ich verbrenne gerade vom Panzer. Ich hab' die Deckung mehr. Also, ich will im Offeneren. Man kann ja nicht von Deckung zu Deckung springen, wenn ich's auf einer anderen Map gemacht hab. Was ich auch gerne mache. Aber das funktioniert hier halt einfach nicht. Ich hab' keinen Bock mehr. Ich hab' keinen Bock mehr. Ohne Scheiß. Das ist doch Durchfall. Die Rune ist aber Durchfall. Ich hab' keinen Bock mehr. 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 Hmmm. Ich hab' keinen Bock mehr, wo die Gegner sind. Da unten sind sie. Der Feind hat die Taugung mit ho 해도. Mh, war nicht drauf. War auch nicht drauf. Ich mag das Sniper nicht so sehr. Merkt man das? Ich bin nicht so gut drin. In der Nähe deiner Position ist ein Flammschissen-Kick verfügbar. Oh, ist das? Ist es nicht. Schade. Der Feind hat die Taube geborgen. Das ist ja gar nicht so hoch, Kind. Wir haben die Taube geborgen. Was? War auch nicht drauf, Mann. Das lieben Soldat im ersten Weltkrieg muss deprimiert gewesen sein. Der Feind hat die Taube geborgen. Oh, nee, hei. Wir haben die Taube geborgen. Was? Was? Gehen die Schüsse jetzt hier auch durch die Gegner durch? Das war ein Counter-Strike? What the actual fuck? Ohne Scheiß jetzt. Das ist ein Witz. Was? 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 Wir haben die Taube freigelassen. Was haben wir? Wir haben die Taube verloren. Manchmal verstehe ich es nicht. Ich finde das jetzt schön defensiv. Da drüben ist ein feindlicher Schurmsoldat. So. So. Das wird ja so verdammt probierend. Teammate? Das ist ein Teammate. Okay. Zu viele Gegner. Wer will zuerst? Wie weit ich hier jetzt schieße? Verwirrend. Ich verstehe es nicht mehr. Ähm. Nachricht überbracht. Spielbonus. Hey. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Haben wir gewonnen? Ja. Wir haben gewonnen. Ich hätte einfach etwas drücken sollen. Ja. Nicht okay. KD geht runter. Aber hey. Wir akzeptieren es. Und jetzt sagen wir mit bestem Dank wieder bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Wenn es wieder darum geht um ein anderes Video zu produzieren. Bis dahin haut rein und schön dass ihr mit am Start wart. Ciao.